hallo leute da bin ich wieder viele leute die sich meine videos rund um den backofen angeschaut haben zum beispiel das video wie baut man die backofenscheiben oder die backofentür aus oder wie ersetzt man die birne in der backofentür haben mich gefragt wie stellt man die uhrzeit am backofen ein das ist eigentlich ganz einfach ihr möchtet zum beispiel die uhrzeit von sommer auf winterzeit einstellen unter dem display befinden sich diese vier tasten und wenn man die taste mit dem uhrsymbol drückt erscheint unter der uhrzeit eine neue leiste mit vier symbolen neben der glocke befindet sich dieser kleine pfeil also noch mal drücken und dieser kleine pfeil muss rechts zur uhr also ihr drückt so lange bis ihr an die uhr seid dann kann man schon die uhrzeit mit der minus und der plus taste einstellen durch mehrmaliges antippen bewegt ihr die einzelnen minuten und durch längeres drücken die stunden ja wenn ihr die gewünschte uhrzeit eingestellt habt lässt ihr die uhr in ruhe und nach zwei drei sekunden ist die uhrzeit abgespeichert ja das war es auch schon ich hoffe das video hat euch geholfen wenn ja würde ich mich über kommentare einen daumen nach oben und natürlich ein abo freuen danke und bis zum nächsten mal die anderen videos werde ich im abspann verlinken